Schalom und herzlich willkommen zur wöchentlichen Andacht vom 27.05.2024 von Amir Zafati und Barry Stegner. Lernt dies vom Feigenbaum. Schaut euch um. Ihr seid die Generation, die zusieht, wie der Feigenbaum wieder zum Leben erwacht. Ihr beobachtet, wie Gott zu euren Lebzeiten mit Israel umgeht, wie es die Apostel und Jünger nie gesehen haben. Jesus sagte, lernt dieses Gleichnis vom Feigenbaum. Als er über die Zeichen der Endzeit sprach, er sagte, wenn sein Zweig schon zart geworden ist und Blätter austreibt, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So wisst ihr auch ihr, wenn ihr dies alles seht, dass es nahe vor der Tür ist. Was er damit sagen wollte, war folgendes. Wenn das jüdische Volk in sein Land zurückkehrt und damit signalisiert wird, dass der verfluchte Feigenbaum wieder zum Leben erwacht, dann wisst ihr, dass es das Ende ist. Er sagte, wahrlich, ich sage euch, diese Generation. Ich möchte, dass ihr jetzt eure Hand hebt. Hallo, ihr seid diese Generation. Diese Generation wird keineswegs vergehen, bis all diese Dinge geschehen sind. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird keineswegs vergehen. Und der Psalmist schrieb, bring uns zurück in das Land. Er sagte, wie die Ströme im Süden. Wart ihr schon in Israel? Das ist gut, denn im Süden gibt es keine Ströme. Der südliche Teil von Israel ist eine Wüste. Es gibt nur einen Fall, in dem es in diesem Teil des Landes Ströme gibt. Wisst ihr wann? Bei Sturzfluten. Wenn es in den Bergen ringsum stark regnet, kommt das Wasser in Form von Sturzfluten. Habt ihr jemals eine Sturzflut gesehen? Sie reißt alles mit, was sich ihr in den Weg stellt. Und genau das ist 1948 passiert. Ich begann diese Botschaft mit meinen Großeltern, die Auschwitz überlebten und es bis ins Land schafften. Für jede Person, die 1948 in Israel lebte, kamen drei neue Einwanderer. Erstaunlich, eine Sturzflut. Und das ist Aliyah. Es ist Einwanderung aus den vier Winden. Und wir wussten nicht einmal, wie wir uns verteidigen sollten. Jemenitische Juden, marokkanische Juden, deutsche Juden, spanische Juden, polnische Juden, russische Juden. Wie sollten sie sich überhaupt verständigen? Gott sagt, es ist an der Zeit, ihre Sprache wieder herzustellen. Hebräisch. Wow! Seht ihr? Er hat zuerst das Land wiederhergestellt, dann hat er sie von ihrem Friedhof in Europa zurückgeholt, sie in ihr Land zurückgebracht, die Sprache wiederhergestellt und somit wird jetzt der Feigenbaum wieder lebendig. Während das Thema von einigen diskutiert wird, ist die Tatsache, dass das nationale Israel in der Heiligen Schrift mehrfach durch den Feigenbaum dargestellt wird, eindeutig. Joel 1,7. Hosea 9,10. Jeremia 24, um einige zu nennen. Matthäus 24, Vers 32. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. In der Baumkultur war das Austreiben der Blätter des Feigenbaums auch ein Hinweis auf den Wechsel der Jahreszeiten. Wenn der Zweig zart war, ein Symbol für neues Wachstum, und die Blätter sprossen, bedeutete dies, dass der Sommer nahe war und die späte Erntezeit im Herbst in nicht allzu ferner Zukunft lag. Der Feigenbaum war auch der letzte der Frühlingsfruchtbäume, der Knospen trieb. Wenn er also Blätter trieb, war der Wechsel der Jahreszeiten in den Sommer sehr nahe. Als Jesus das erste Mal kam, waren damit die vier Frühlingsfeste Israels erfüllt. Passa, das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest der Erstlingsfrüchte und Pfingsten. Dann kam der Sommer und die Herbstfeste würden sich nicht erfüllen, bis der Feigenbaum zart würde und Blätter triebe, bis Israel wieder eine Nation wäre. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird keinesfalls vergehen, bis dies alles geschehen ist. Das bedeutet, dass die Erfüllung des Posaunenfestes, Yom Kippur, der große Versöhnungstag und Sukkot, das Laubhüttenfest, innerhalb einer einzigen Generation nach der Wiedergeburt der Nation Israel stattfinden wird. Zwischen 1882 und 1903 wanderten etwa 35.000 Juden in das osmanische Palästina ein und gesellten sich zu der bereits bestehenden jüdischen Bevölkerung, die 1880 26.000 Menschen zählte. Seitdem haben 3.340.000 Juden Aliyah, das bedeutet Aufstieg, nach Israel gemacht, von denen inzwischen Millionen in Israel geboren wurden. In diesem Jahr sind bisher über 7.000 Juden nach Israel ausgewandert und das sogar inmitten von Krieg. Warum geht das inmitten von Krieg und wachsendem Antisemitismus so weiter? Weil Gott sie um seines Namens willen in das Land zurückbringt, siehe Ezekiel 36, Vers 22, um sie auf das vorzubereiten, was kommen wird. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchbohrt haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Das Haus David und die Bewohner Jerusalem sind ein und dieselbe Gruppe. Und nein, sie sind keine Muslime, Araber oder Palästinenser. Es sind Juden. Die Verheißung, von der Zacharia spricht, wird sich bei der Erfüllung des Posaunenfestes erfüllen, der zweiten Wiederkunft, wenn ein Drittel der Juden, die den großen und schrecklichen Tag des Herrn überleben, auf den wiederkehrenden Christus, Jesus als den heiligen Israels, ihren Erlöser blicken werden. Der 14. Mai 1948 ist nun über 76 Jahre her. Wir wissen zwar nicht, wie lange eine Generation ist, aber wir wissen, dass 76 Jahre viel näher am Ende einer Generation liegen als am Anfang. Matthäus 24, Verse 36-42 Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noas war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Der unbekannte Tag und die unbekannte Stunde können sich nur auf die Entrückung der Gemeinde und nicht auf das zweite Kommen beziehen. Das zweite Kommen ist 42 Monate zu je 30 Tagen oder 1260 Tage nach dem Gräuel der Verwüstung, der in der Mitte der Trübsal stattfindet. Die Juden sind zurück im Land und die Nation ist jetzt 76 Jahre alt. Außerdem versammelt sich die Welt gegen Israel, so wie es die Bibel vorausgesagt hat. Halten wir also unsere Augen offen und halten wir Ausschau nach seiner herrlichen Erscheinung und hören wir auf den Klang der Posaune. So komme schnell, Herr Jesus. Bücher von Amir gibt es in deutscher Übersetzung beim CMV, christlicher Medienvertrieb Hagedorn, im Internet.